Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Morhun Adventure, der Schatz des Pharao. Dann schauen wir uns mal um, was es hier Neues gibt. Ich habe mir tatsächlich hier mal ausgedruckt, die Map, wie vorsorglich, damit die Kamele den Fischen in der Oase nicht das Wasser wegsaufen. Ja, das wird's sein. Okay, hier ist also Wasser, dann wäre vielleicht ja doch ganz praktisch, wenn wir eine Flasche kaufen würden. Ich trinke lieber frisches Wasser aus der Oase. Okay, dann nimm doch hier tiefes Wasser. Nimm das Wasser mit, wenn es geht. Ich weiß zwar noch nicht, wozu das gut sein könnte, aber... Genau, ich habe mir hier die Map ausgedruckt, da kann ich mir dann immer Kommentare machen. Da drüben sieht das Wasser aber seichter aus. Ist ja gut, dann gehen wir gleich erstmal darüber. So können wir das ja machen. Ganz schön tief für eine kleine Oase. Ein Kamel. Es schläft. Schlafende Kamele soll man in Frieden lassen. Kann ich ihn ansprechen? Nee, aber ihn kann ich ansprechen, den Beduinen. Hallo. Seid herzlich begrüßt. Mir deucht, ihr kommt von Ferne. Ein Poet in der Wüste. Seid auch ihr ein Mann der wohlgesetzten Worte, die Tauben gleich sich in die Lüfte heben und jedes Ohr mit eitler Freude erfüllen. Gewiss, gewiss. Welch holdes Glück hat euch zu mir geführt. So lasst euch denn zum Richter gleich ernennen. Verurteilt nun das Versmaß meiner Oden. Ach, beurteilt. Eigentlich will ich ganz weit... Ähm... Ich wollte euch gerne den Wunsch erfüllen. Allein mir fehlt die nötige Zeit. Oh! So fährt denn... So fährt... So fährt denn wohl, mein edler Freund. Okay, ich glaub... Das war... War das ein Zitat? Aus irgendwas? Dem konnte ich eben ehrlich gesagt nicht so ganz folgen. Nochmal. Höret diese Ode. Wohl an. Wenn gleiches Keim zu später Stund ist's meistens blau und selten rund. Nicht ohne Grund halt ich den Mund. Doch merkt er an, was alles kann. Nichts muss, was kann ein andermal. Erlesen. Ist das ein Rätsel gewesen? Wow, der ist ja heftig drauf. Ein echter Genießer, so wie's aussieht. Ein Genießer? Beim Barte des Propheten. Büchse der Pandora. Vielleicht mag er Attilas Poesiealbum. Hier, mein Freund. Ein Büchlein, wie für euch geschaffen. Oh, ich hab's ihm gegeben. Die Dichtkunst Attilas in einem Bande. Für wahr, ein fürstliches Geschenk. So soll der Dank des Dichters euer Herz erwärmen. Denn schnöden Mammon nennt er nicht sein eigen. Aber hab ich davon jetzt was? Wollen wir nicht was anderes machen? Ach so, dafür hab ich wahrscheinlich Punkte gekriegt, ne? Sehr schlau. Hat gleich die Gelegenheit genutzt, sich an der Oase ein Wasserpfeifchen zu gönnen. Hier ist noch ein Beduine. Der scheint aber ziemlich schläfrig. Ratz, ratz, ratz. Ob das Kamel am Steg ihm gehört? Äh, schlafende Beduinen soll man nicht stören. Anscheinend soll man hier niemanden stören, der schläft. Hier ist ein Obelisk. Ein mächtiger alter Obelisk. Zeugnis einer längst vergangenen Epoche. Und Fässer? Vielleicht ist da was drin in den Fässern. Alte Fässer. Man fasst es nicht. Zu viel tragen, stresst Leib und Magen. Und die verwenden? Machen wir doch lieber etwas anderes. Hier ist noch ein Obelisk. Ein Poller aus Stein. Ideal, um ein Kamel daran festzubinden. Dafür bräuchten wir aber... Ich möchte nicht zu viel mit mir herumschleppen. Dafür bräuchten wir aber ein Seil. Hungrige Kamele soll man in Frieden lassen. Hungrig? Vielleicht will er die Blumen aus dem Gral. Ne, das hört sich nicht so sinnvoll an. Aber vielleicht finde ich noch was anderes. Es scheint sehr schlechte Laune zu haben. Hm. Granatapfel. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht... Wow! Ne, wir kommen nicht... Lässt mich nicht durch, das Viech. Sauerei! Okay. Schild. Keine Fische. Ein Schild. Wahrscheinlich bedeutet es, dass die Fische mit einem Kreuz markiert sind. Damit man sie leichter erkennen und fangen kann. Ja, bestimmt. Hm. Kisten. Tiefes Wasser. Mal gucken, ob in den Kisten was drin ist. Dazu habe ich momentan keine Lust. Ach, komm schon. Holzkisten schon halb vermodert. Ich probiere nochmal, ob ich in der Tasse Wasser sammeln kann. Aber ich habe das Gefühl, es geht vielleicht nicht. Ich muss mir mal aufschreiben. In Nihama Wasser, da ist ein verärgertes Kamel. Und dahinter der Granatapfel, den wir wahrscheinlich gerne haben wollen. Aber da kommen wir nicht dran. Ohne das verärgerte Kamel zu beruhigen. Ja. Genau, und das werden wir erst hinkriegen, wenn wir auf den Steg können. Auf den wir leider noch nicht können. Weil das Kamel davor steht. Genau. Das wird er jetzt auch gleich wieder sagen, denke ich mal. Kamel-Tränke. Da fällt mir nichts zu ein. Tiefes Wasser, Fass. Steg-Kamel, Granatapfel-Steg. Palme ist hier noch. Ne, da komme ich nicht vorbei. Und was mit der Palme noch? Eine seltene Süßholzpalme. Die wachsen nicht überall, du. Das geht doch nicht. Ach ne? Wieso nicht? Hm, ob das etwas bringt? Na gut, gucken wir mal weiter. Wir waren noch nicht bei der großen Pyramide. Ein Stein. Na? Riesige Bruchstücke von Wüstengranit. Das liegt hier an jeder Ecke. Dazu habe ich momentan keine Lust. Ja, ist auch nicht sehr sinnvoll, muss ich zugeben. Hier hinten ist noch so ein riesiger Obelisk. Ein Obelisk aus Sandstein. Das geht doch nicht. Was haben wir denn hier? Da ist auch eine Klappe an der Seite. Das sehe ich doch. Und da liegt was. Eine tote Hose. Eine kleine Klappe. Leider ist sie zu. Dann mach sie doch auf. Hey, mach sie auf. Ach so, nee, das war ja nehmen. So. Ach so. Und jetzt nehmen. Wow. Wir haben Diamanten. Krass. Ein riesiger Diamant. Wow. Und was ist hier? Was ist das? Äh, ist das eine Erklärung oder schon ein Tipp? Huch. Huch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich klicke mal. Auf dem Obelisken siehst du verschiedene Sternenbilder. Du kannst ein Sternenbild markieren, indem du mit der Maus auf alle Sterne klickst, die zu ihm gehören. Nachdem du die richtigen Sternenbilder markiert hast, passiert etwas, das dir beim Betreten der Pyramide helfen wird. Wie viele und welche Sternenbilder du markieren musst, wird natürlich nicht verraten. Schau dich aufmerksam um und du wirst das Rätsel sicherlich lösen können. Alles klar. Ja, verstehe. Also, ich wusste nicht, dass wir das jetzt hinkriegen, denn ich habe keinerlei Info zu irgendwelchen Sternenbildern. Ich denke, das müssen wir wohl noch herausfinden. Hier ist eine tote Hose, die nehmen wir natürlich mit, wenn er sie mitnimmt. Mal gucken. Klar, wer will nicht... Äh, die ist ja blutverschmiert, oder? Eine Hose, leider tot. Sieht aus, als wäre sie das Opfer eines Verbrechens geworden. Das ist so geil. Äh, ich möchte nicht zu viel mit mir herumschleppen. Ja, aber das ist doch eine Nische. Gucken wir mal. Da ist eine Nische. Und da ist ein Loch. Eine leere Nische. Ich möchte... Ja, das kannst du auch nicht herumschleppen. Machen wir doch lieber was anderes. Was mit dem Loch? Nee, da will er auch nicht. Ein leeres Loch. Vielleicht müssen wir da den Diamanten reinlegen. So. Ich stecke den Diamanten nicht in das Loch rein. Oh! Achso, er legt ihn rein. Oh Gott. Da steckt der Diamant drin. Das ist bestimmt schon richtig so. Aber irgendwas fehlt noch für die Nische. Wahrscheinlich das, was wir erhalten für die Sternenkonstellation. Okay, das schreibe ich mir mal auf. Sterne. Diamant im Loch. Und ich glaube, viel mehr ist hier ja nicht. Ich glaube, viel mehr ist hier nicht. Hm. Eine tote Hose. Oh, eine Hose. Vielleicht könnten wir das dem Mann in Inchalalala geben. Ich weiß nur jetzt nicht, auf welchem Screen. Hier, der Mann im Fass. Der Arme hatte doch keine Klamotten mehr, oder? Hier, Mann im Fass. Ich bin voll nett und gebe dir was anzuziehen. Hier. Leider ist sie schon gestorben. Das macht nichts. Zur Not tut's auch eine tote Hose. Bitte. Ich will endlich schlafen. Hä, das ist alles? Willst du uns nicht anständig danken? Und vor allem, wieso hast du das Fass immer noch an? Ich muss noch mehr Kleider besorgen. Ach so, er braucht noch mehr. Was ist denn hier mit dem stummen Bettler? Dem können wir angeblich Geld geben. Ähm, habe ich das irgendwie falsch gemacht? Oder muss ich es auf den Stein tun, oder wie? Oder muss ich ihm was anderes als Geld geben? Oder gar kein Geld? Hm. Willst du die Büchse der Pandora? Willst du, dass die Menschheit untergeht? Hm? Na, willst du das? Willst du? Hm, ich weiß nicht. Das müssen wir einfach nochmal ausprobieren. Wir waren hier ja noch an anderen Orten noch nicht. Fangen wir doch mal bei Expedition 1 an. Was haben wir denn hier? Ein Ofen? Huch. Was ist denn da? Ein alter Ofen. Das war wohl einst ein Kaminzimmer. Hm. Höre ich da ein leises Miauen? Klingt fast so, als hätte sich eine Katze dahinter versteckt. Die Frage ist nur, wie lockt man eine Katze hinter dem Ofen hervor? Äh, gute Frage. Was haben wir hier noch? Den heiligen Stuhl. Oh, ob dieses Brett für antike Kulthandlungen benutzt wurde? Und wenn ja, für welche? Das ist die Frage. Huch. Ich habe das mitgenommen. Ein geheimnisvolles Brett mit einem Loch darin. Das ist ja interessant. Was soll man denn mit einem Loch... Äh, mit einem Brett mit einem Loch machen? Das ist ja... Hier ist noch ein Felsen. Wir bräuchten... Ach, einen Fisch. Oder? Aus dem See? Ein antiker Briefbeschwerer. Für größere Papyrussendungen. Was das wohl einmal war? Äh, ja. Oh, nein. Ein Stein. Oben leicht abgerundet. Ein großer und schwerer Block aus Stein. Den könnte ich niemals bewegen. Aber man könnte was drauflegen. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Ist hier sonst noch was zum Interagieren? Gucken wir mal. Nur der Ofen, hm? Aber die Katze wird ja wohl mit diesen Dingen hier nicht rauskommen, oder? Oder? Nee. Na? Na komm, Kätzchen. Nee. Okay, ich schreibe mir da auf. Katze in Ofen. Katze in Ofen. Und ich weiß nicht, ob der abgerundete Felsen was zu bedeuten hat. Ich kann es ja mal aufschreiben. Abgerundeter Felsen. Schreiben wir einfach mal auf. So, ich habe bis jetzt noch keine weiteren Sternenkonstellationen oder ähnliches gesehen. So, dann haben wir Expedition 2. Ach du Schande, was ist denn das? Was springt denn da rum? Und hier ist schon wieder Trauerklöße. Kanonenfutter. Hühneraugen. Ohrmuscheln. Das ist ja krass. Das macht mich gerade voll fertig, diese springenden Dinger da. Ähm, genau. Ansprechen. Alter, das soll ein Zahn sein? Was macht dieser merkwürdige Zahn an der Nase? Das ist der Zahn der Zeit, der an der Nase nagt. Noch ein paar Jahre mehr und es bleibt nicht mehr viel von ihr übrig. Solange werde ich hier noch meine Lebensmittel verkaufen. Die Leute werden immer so hungrig, wenn sie dem Zahn zusehen. Schlau, schlau. Ja, sehr schlau. Und gruselig. Weißt du etwas über die Pyramide? Ein Eindringen ist fast unmöglich. Außerdem gibt es Fallen. Aber der Legende nach soll es einen geheimen Mechanismus geben, der sie öffnen kann. Gibt es irgendwo Aufzeichnungen über diesen Mechanismus? Irgendwo in der Gegend sollen sie verborgen sein. Aber entdeckt wurden sie bisher noch nicht. Danke für die Information. Aha. Gott. Kann ich den Zahn überhaupt treffen? Der ist ja total schnell. Ich kann, glaube ich, immer nur die Nase, oder? Das macht mich echt fertig. Gucken wir uns die Nase mal hier genauer an. Oh Gott. Ich dachte, sie hatte Augen. Dabei war das nur das Symbol. Eine Nase aus Stein. Und der Zahn der Zeit nagt bereits fleißig an ihr. Ja, ist ein bisschen zu groß. Das stimmt schon. Hm. Vielleicht mag er es sich im Bad zu verstecken, der Zahn der Zeit. Aber ich kann es ja nicht... Ich kann es nur auf die Nase anwenden. Oder die Büchse der Pandora. Nee, das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Ich frage mich, was wir mit dem heiligen Stuhl machen müssen. Hm. Okay, das schreiben wir uns natürlich wieder auf. Hier ist ein Händler. Und der verkauft... Vielleicht sollten wir uns die einzelnen Sachen mal angucken. Der verkauft Ohrmuscheln. Ohrmuscheln und taube Nüsse. Ein wunderbares Gericht für den stillen Genießer. Hühneraugen. Willst du kochen? Süppchen fein müssen Hühneraugen rein. Okay. Dann haben wir hier noch Kanonenfutter. Ich glaube, das gab es drüben schon mal. Hm. Kanonenfutter. Ah. Mehr hat er dazu nichts zu sagen. Und Trauerklöße. Trauerklöße sind eine besondere Spezialität. Sie dürfen nur von weinenden Köchen geformt werden. Deswegen auch der hohe Verbrauch an rohen Zwiebeln bei der Herstellung. Okay. Und dann haben wir hier eine Nase. So. Hm. Gut, gut. Dann schauen wir uns doch mal... Noch bei Expedition 3 um in dieser Folge. Und dann machen wir erstmal einen Cut. So. Hier ist Kiste. Ach, da sind die Zeichen. Eine Holzkiste. Mitten in der Wüste. Ich möchte nicht zu viel mit mir herumschleppen. Aber hier, die Lampe kannst du mitnehmen. Sehr gut. Geil. Wir haben eine goldene Lampe. Mal sehen. Passiert nichts? Anscheinend keiner daheim. Ist ja schade. Och, Manno. Eine goldene Lampe. Schade. Eine Vase ohne Wert. Dann nimm sie mit. Dazu habe ich momentan keine Lust. Nein, nicht reden. Nein, nicht mit der Säule reden. So. Diese Säule bricht bestimmt bald zusammen. Äh. Okay. Soll das heißen, ich soll sie zum Zusammenbrechen bringen? Ich fürchte, so funktioniert das nicht. Ich könnte das hier vielleicht zum Hebeln benutzen. Aber wieso sollte ich wollen, dass der arme Typ da unten stirbt? Hallo, Herr Schatzgräber. Na? Hallo, guter Mann. Hallo. Ich will nicht unfreundlich sein, aber um eines gleich klarzustellen. Das hier ist meine Grube und mein Suchgebiet, klar? Oh, ein Archäologe oder eher Schatzsucher? Eher Schatzsucher. Ich suche das verlorene Gesicht. Ach. Eine wertvolle Kostbarkeit. Aber es geht nur langsam voran. Ach. Es liegt in einem Labyrinth versteckt. Und das muss ich irgendwo finden. Ein verlorenes Gesicht? Wem gehört es denn? Es gehörte einst dem Pharao Tutatüt. Er verlor es in einer Schlacht und fand es nie wieder. Es soll in einem Labyrinth liegen, das sich meiner Meinung nach nicht in der Pyramide befindet. Ich würde gerne helfen, aber ich bin selbst auf der Suche nach einem Schatz. Gibt es sonst noch etwas? Sieht aus, als könntest du ein paar Hilfsarbeiter gebrauchen. Mein Vetter kommt ab und zu vorbei. Ich berate ihn immer, wenn es um Gold geht. Aber ein paar große Eimer wären mir lieber. Wenn du so etwas hättest, könnten wir ins Geschäft kommen. Wenn ich etwas finde, komme ich wieder. Große Eimer will er haben. Das schreibe ich mal kurz auf. Große Eimer. Es scheint, als hättest du ein Entsorgungsproblem. Das ist richtig. Je tiefer ich schaufle, desto schlechter bekomme ich die Erde weg. Das ist ein Fass ohne Boden. Nun ja. In der Wüste ist es etwas schwierig, sandlos zu werden. Das stimmt wohl. Kann ich ihn noch irgendwas fragen? Ah, du schon wieder? Leider habe ich keine Zeit. Ich muss graben. Immer tiefer graben. Äh, warst du einmal bei der Pyramide? Nicht nur das. Ich habe auch bereits versucht, sie zu öffnen. Leider vergeblich. Vermutlich braucht man Licht, um die Türe aufzumachen. Die alten Ägypter hatten sehr viele Mechanismen auf Lichtbasis entwickelt. Das ist aber interessant. Bis später. Oh, das ist spannend. Ciao. Ich hau schnell ab. Weg. Ein leeres Zelt, wie es aussieht. Kann ich das mitnehmen? Ich möchte nicht zu viel mit mir herumschleppen. Machen wir doch lieber etwas anderes. Konservendosen. Für die Katze. Oder? Was? Wieso nicht? Für die Katze, oder? Damit könnten wir sie rauslocken. Konservendosen mit Linsensuppe drin. Die Suppe. Wieso nimmt das nicht mit? Das ist doch total schlau. Das können wir dem armen Bettler mit dem Hungertuch geben. Einige Bretter, die durch ein paar Nägel in die Form einer Kiste gebracht wurden. Eine Kiste aus Holz, so wie sie hier überall herumstehen. Aber die ist doch toll, oder? Ne, will er nicht. Äh. Verflixt? Warum will er denn die Konserve nicht mitnehmen? Voll doof. Hier sind die Bilder. Das muss ich abmalen. Aber sind es nur diese beiden, oder gibt es womöglich noch mehr? Ein antiker Obelisk mit Inschriften. Ein steinernes Monument, schon etwas schief. Sieht aus wie eine alte Säule. Ich male das mal kurz hier ab. Aber ich weiß nicht, ob das die einzigen sind, oder ob es vielleicht noch mehr gibt. So ist das eine. Wobei ich hier unten nicht ganz erkenne, was da ist. Und das andere ist so. Und dann so, 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 so. Okay. Tja, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Und dann versuchen wir mal, die Sternenbilder hier einzugeben. Und es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die wir eigentlich noch machen können. Ich muss nochmal, ich gucke mir vielleicht die beiden Videos dann nochmal an, um mir hier nochmal genauere Notizen zu machen auf der Karte. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Ich bin schon gespannt. Und freue mich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.